Jetzt seht ihr, wie ihr selbst eine Mickey-Maus-Bommel-Gerlande basteln könnt. Dazu braucht ihr rote Wolle, weiße Wolle, grüne Schnur, goldene Schnur, Klebeband und eine Schere. Zunächst schneidet ihr mit der Schere ein kurzes Stück Wollfaden ab. Dann wickelt ihr die Wolle mehrmals um eure Hand und schneidet sie am Ende ab. Im Anschluss macht ihr mit dem kurzen Stück einen Knoten. Schneidet nun die Ränder der Wolle auf und kürzt die überstehenden Fäden. Schon habt ihr den ersten Bommel. Jetzt macht ihr dasselbe nochmal, allerdings nur mit zwei Fingern. Lasst zwei etwas längere Fäden stehen. Als nächstes knotet ihr die beiden kleinen an den großen Bommel und schon habt ihr einen Mickey-Kopf. Wickelt dann die grüne Schnur drumherum. Das könnt ihr so oft ihr wollt mit weißer und roter Wolle wiederholen. Nehmt nun drei Stücke der grünen und goldenen Schnur, befestigt sie mit Klebeband auf einem Tisch und flechtet sie. Jetzt könnt ihr die Mickey-Bommel an die geflochtene Schnur binden. Und fertig ist eure eigene Mickey-Maus-Bommel-Gerlande. Klickt hier für weitere Videos und schaut auf Disney Junior eure Lieblingssendungen. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020